Bei so einem Zeichensteam bin ich irgendwie immer schon raus, ich weiß nicht wieso. Ja, ich auch. Sieht nach Anemie aus. Nee. Furry. Ja. Kümmer, die lachen uns aus. Huren. Ich glaube, wir sind da nicht die Zielgruppe, was dieses Spiel jetzt gerade angeht. Doch, die Universität heißt von Kanoi. Ich glaube, Noah wird darauf voll abgehen. Wer ist Noah? Maybe it's just Nervs. Oh, er ist ein guter. Maybe it's the fear that I'll never be as good as what I imagine. Also du spielst mit so einer Kreatur, die jugendliche Probleme hat, oder was? But if we've got nothing else to lose... Sieht aus wie so eine Art Adventure. Das ist hier Life is Strange Furry. Genau. Ja. Ohne Witz. Ihr seid so zügiger alte Sackgamer, wisst ihr? Nein. Ich habe einfach schon zügig Shit gesehen. Ich habe dich hier mal ein bisschen. Life is Furry. Life is Furry, Jotter. Alter, Alter. What the fuck? Okay. Die Erra hat nicht mal angefangen mit dem Spiel. Das ist dann schon die Erra Ende. Das ist wirklich komisch auch. Okay. Ja.